Hi Leute und weiter geht's mit einer weiteren Folge Minecraft Inventions. Nachdem wir jetzt hier doch schon einiges ausgegraben haben mit der Turtle und das alles an Rohstoffen haben, hier eine ganze Doppeltruhe voll mit Cobblestone und dort kriegen wir auch einiges zusammen, geht es jetzt darum, dass wir das Ganze weiterverarbeiten. Dazu möchte ich als erstes ein Solarpanel herstellen, damit wir Strom bekommen. Okay, dafür brauche ich Stahl. Und was ist das andere? Was brauche ich hier? Da brauche ich um einiges mehr. Okay, dann ist die Frage Stahl. Schauen wir doch mal, wie ich Stahl bekomme am besten. Blast Furnace, okay. Und dazu brauche ich Coal Coke. Da kriege ich aus einem Block vier Nuggets raus, oder wie? Ein Tankwall, okay. Dann mal schauen, kriege ich das anders auch noch? Nein, nicht bloß so, oder wie? Das ist ja blöd. Das muss ich doch auch noch anders kriegen, das Stahl. Schauen wir doch mal so direkt. Blast Furnace, wenn man das reinmacht, okay. Oder Eisen und Kohlepulver, das könnten wir auch noch machen. Okay, also brauchen wir als erstes einen Blast Furnace. Also als erstes brauchen wir von Ender.io. Würde ich als erstes die Säckmüll bauen, damit wir das Ganze schon mal klein machen können. Also die Rohstoffe, damit wir das schon mal verdoppeln können. Ups. Jetzt hat... Weil das jetzt... Na, ich habe einen Rechtsklick gemacht, deshalb. Ich habe mich gerade schon gewundert, wieso das auf einmal doppelt so viel ist. Dann kann ich schon mal hergehen und baue mir den Pisten. Für das habe ich ja noch geniegend. Dann brauche ich hier noch Holz raus. Davon habe ich jetzt auch ziemlich viel, weil ich da hinten den ganzen Wald weggemacht habe. Dann bauen wir uns doch gleich mal hier den Pisten. Dann drei Flint, sollte ich auch mittlerweile haben. Was brauche ich noch? Den Basic Capacitator, da brauche ich Gold und Kupfer. Das hier und das hier. Das mit rein. Damit dürfte ich schon mal die alle haben. Dann brauche ich aber gleich noch viel mehr. Weil ich brauche ja noch Zäune und so weiter. Also das wird noch einiges sein. So ist es, das mache ich gleich so. Dann habe ich die schon einmal. Das hier mit her. Das muss jetzt dann klein gemacht werden. Also in Nuggets. Vorher lege ich hier oben nochmal Eisen nach. Daraus machen wir schon mal die Nuggets. Dann brauche ich noch Redstone. Das habe ich vergessen. Daraus kann ich jetzt mal den Basic Capacitator bauen. Dann brauche ich hier noch mehr Eisen. Das reicht da sowieso nicht. Machen wir es also so. Das sollte jetzt für das Maschinenform reichen. Oder Maschinenpacing heißt es in dem Fall. Dann fehlt mir eigentlich bloß noch drei Eisen. Noch ein Eisen. Und damit habe ich es. Dann haben wir schon mal die Säckenmüll. Dann brauchen wir das nächste Ding hier. Den Aloysmelter. Also nochmal zwei davon. Eins davon. Eins davon. Das muss jetzt nochmal hier mit rein. Wenn das durch ist, dann gleich wieder das Eisen rein. Komm schon. Das hier. Das hier. Dann das. Fast erst mal das hier. Dann das hier. Dann brauche ich drei Öfen. Dann machen wir es doch so. Das sind jetzt zwei, drei Stück. So. Dann brauche ich noch um einiges mehr Eisen. Nochmal was. Brauche noch ein Eisen. Dann kann ich schon mal den. Was ist das? Ich glaube Kussippel oder? Oder welcher ist das? Kaldron. Okay. Und jetzt brauche ich nochmal vier Eisen. Eins. Zwei. Drei. Und. Ach komm schon. Vier. Damit hätte ich jetzt auch den Aloysmelter. Dann brauchen wir noch einen Ding. Einen Stromgenerator. Und da ist jetzt die Frage, welchen machen wir? Können wir den hier gleich bauen vielleicht? Combustion. Da muss halt immer Wasser mit rein. Und der wäre halt um einiges billiger. Aber hier brauchen wir Elektrical Steel. Okay. Ich muss als erstes den hier bauen. Dazu brauche ich nochmal einen Ofen. Acht Stück. Dann wie viel brauche ich davon? Fünf. Ich glaube ich kriege immer vier raus. Also das und das. Die müssen dann hier oben in den Ofen mit rein. Eine Kohle mit dazu. Das geht genau auf. Dann brauche ich gleich nochmal. Äh. Hoppa. Und Gold brauche ich auch schon wieder. Gold habe ich sehr wenig. Da. Das mit rein. Oh Mann. Da habe ich die Hälfte meiner Ressourcen schon wieder aufgebraucht. Bloß beim. Ähm. Herstellen. Damit ich es verdoppeln kann. Machen wir das schon mal so raus. Aber hier brauche ich ja auch. Ich brauche gar kein Maschinen Case. Bin ich blöd. Ich brauche Sticks. Dann brauche ich noch mehr Cobblestone. Machen wir es jetzt gleich so. Das raus. Das rein. Das brauche ich ja gar nicht. Ich brauche jetzt zweimal das. Dann brauche ich einmal den Ofen. Ich brauche einen Pisten. Dazu brauche ich nochmal. Das hier. Und das hier. Dann kann ich jetzt den Pisten herstellen. Dann fehlt bloß noch hier oben der Stein. Daraus mache ich die hier. Und schon haben wir den Sterling Generator. Die kann ich jetzt hier her setzen. Dann das da und das da. In die Mitte kommt einfach etwas Kohle rein. Oder andere Bähnware. Und damit wird dann gleich hier außen das aufgefüllt. Dann kann ich jetzt hier das Eisen rausnehmen. Das landet hier mit herinnen. Und wird dann langsam klein gemacht. Und nicht nur das Eisen. Das mache ich dann hier mit allen Rohstoffen die ich habe. Räumen wir nochmal auf etwas. Das kann rein. Das hier. Das brauche ich jetzt momentan nicht. Den Rest wieder hier mit rein. Bis auf die Kohle. Die kommt hier drüben mit dran. Den hier weg. Das hier weg. Das ist jetzt blöd. Weil ich hier immer 5 gemacht habe. Und hier drüben 3. Jetzt geht das nicht ganz auf. Entweder ich mache jetzt ein ganz großes Feld. Mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich glaube das mache ich auch. 3, dann müsste man hier, hier, hier. Hier ist glaube ich immer noch das hier. Hier fängt es an. Excavate. 2, 3, 2, 3, 4, 5, 5, 7, 8, 9, 10-9, 10, 11, 12, 6, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 16, 18, 34, 15, 16, 19, 20, 16, 19, 26, 20, 16. Bis zum nächsten Mal.